Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer kleinen Vorstellung einer neuen Webseite, die es seit einigen Tagen gibt oder vielleicht auch schon etwas länger, ich bin mir nicht ganz sicher. Die Webseite heißt followsworld.com und das ist eine Website, die im Grunde genommen eine Art Filebase und Forum gleichzeitig ist für den TSW und für den Train Simulator und für SimRail und für jegliche andere Zugsimulatoren. Der Name könnte euch vielleicht schon bekannt vorkommen, zumindest diejenigen, die häufiger mal bei mir zuschauen, die kennen den guten Modder Foley Lantern oder Folless oder Foley, unter verschiedenen Namen bekannt und das ist im Grunde genommen seine eigene Webseite, die er jetzt hier mittlerweile aufgebaut hat und hier ist es so, dass auf dieser Webseite, die gucken wir uns mal ein bisschen hier jetzt zusammen an, Link dazu ist in der Videobeschreibung, hier lädt er unter anderem seine Mods mittlerweile hoch, hier gibt es zum Beispiel ein paar Informationen zu diesem BR-101 Enhancement Pack, haben wir schon zusammen angeguckt, andere Mods, die hier vorgestellt werden, also das hier ist im Grunde genommen die Home-Website, hier haben wir noch Fotos hier von dem BR-101 Enhancement Pack mit dem ganzen Graffiti und den Repaints und so weiter und so fort und wenn wir hier hochgehen, dann haben wir hier die Möglichkeit uns ins Forum einzuwählen, natürlich braucht man einen Account, das ist alles aber kostenlos. Wir haben dann hier ein Forum für den Bereich TSW, einen Bereich für den Train Simulator und einen Bereich für SimRail. Hier ist natürlich gerade nicht besonders viel los, das liegt daran, dass die Webseite wie gesagt gerade erst recht neu ist und gerade erst dabei ist, aufgebaut zu werden. Am wichtigsten und relevantesten ist vielleicht die Filebase, hier sehen wir es auch schon, hier Coming Soon, ein Flixstrain Taurus, haben wir zwar so als Repaint, ganz ganz normales Livery Designer Repaint schon im TSW, allerdings jetzt nicht als Packdatei Repaint. Hier auch so ein Box Express 182, also es scheinen auf jeden Fall ein paar Mods zu kommen bezüglich der 182, ein paar Repaints, vielleicht auch eine Soundmod, mal gucken, ich denke mal es sind nur Repaints. Und hier haben wir die bisherigen Uploads, also hier haben wir beispielsweise ein 185, 185, der Rail4Cam als Repaint, hier haben wir das 101 Enhancement Pack, hier haben wir dieses Broken Ebola Windows Display, ein paar Leute haben gefragt, wo ich das herhabe, hier könnt ihr es euch runterladen und ein Scenery Update für Rapid Transit, das ist aktuell hier. Hier habt ihr auch noch eine kleine Installationsanleitung, wie man sie installiert und vor allen Dingen haben wir hier den Button Upload, wenn wir da draufklicken, dann können wir auch tatsächlich selbst unsere einzelnen Mods hochladen. Also wenn einer von euch hier Mods hochladen möchte, könnt ihr auf jeden Fall auch machen. Das Ganze wird dann irgendwie reviewt und dann bei Zeiten hochgeladen. Genau, das ist auch schon die Webseite, meiner Meinung nach eine, die man im Auge behalten sollte, weil ich mir gut vorstellen kann, dass hier in Zukunft sehr viele Mods noch erscheinen werden. Ob das Forum jetzt so relevant ist, sei es mal dahingestellt, aber auf jeden Fall die Seite für die Mods definitiv eine, die man sich mal merken kann. Einmal irgendwie speichern, irgendwo im Browser speichern und mal ab und an reingucken, ob es da was Neues gibt. Ansonsten wie immer, wenn es irgendwelche neuen, großen, coolen Mods gibt, ich stelle sie auch immer vor. Also ihr wisst Bescheid, wenn es neue Mods gibt, einfach einschalten. Gut, ich danke euch fürs Zusehen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.